Willkommen bei Morlock Motors. Können die fliegen? Nein, aber die sind immer gepflegter als, sagen wir mal, das, was von der Army kommt. Schlüssel stecken, wenn du Fragen hast, auf den Autos sind so weiße Nummerchen drauf, also nicht reinkommen und sagen, der grüne Van, das ist zu viel hier. Das sagst du mir 1700 oder 1705 oder so, dann habe ich alle Daten hier, dann können wir Wartesprechen. Okay, das heißt, ich kann jetzt einfach mal völlig befreit rumchecken. Du kannst einfach mal alles angucken, ist kein Problem. Das ist doch mal ein cooles Offer, das heißt, wir können richtig spielen. Ja, ihr könnt ja mit einem spielen. Der ist recht günstig, habe ich mir sagen lassen, aber ich denke, der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ne, der nicht. Ich werde es nie begreifen, wohin ich sehe, nur Reifen. Geil, 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 geil. Und den nächsten haben wir hier. Und die Frage, wer den längsten hat, ist hier mit ein für alle Mal geklärt. Es ist der Dodge Ram 250. Yeah. Jungs, ab jetzt alle mal den Ball flach halten. Da, da, da. Power to move, Holzi. Denn der Checker hat tatsächlich einen Kandidaten für Holzi gefunden. Ich habe einen Ford Weiss E 350. Der lange? Ja. Das ist super, ne? Der steht hier jetzt direkt vor der Tür. Ich habe ihn gleich da geparkt. Kannst du mir da ein bisschen was zu erzählen? Der würde mich interessieren. Ja, klar. Komm, wir mal rausgehen. Ja, top. Wunderbar. Das ist ein E 350. 350 ist die lange Version, ja? Hat auch den Vorteil, dass es die große, schwere Achsanlage hat. Was bedeutet, du kannst halt über 1000 Kilo laden, ja? Das heißt, in das Auto passt ein gepresster Ducato oder... Oder fünf dicke Patentanken. Das auch. So, du kannst also da, sagen wir mal, mit sechs Erwachsenen oder drei und drei und zwei, also acht fetten Erwachsenen und 1000 Kilo Equipment kannst du fahren. So, Haube GFK, Rossetny, ja? Ist ein 5,4 Liter Triton V8. Triton, ja? Allseits bekannt, das Füllhorn, ja? Wo immer weiter Trauben, Früchte rauskamen. Hier deshalb Füllhorn, weil hier immer weiter einfach Power rauskommt. Das ist wichtig, ja? Und wir haben eine Atmengelast, die wir realisieren können von 3000 Kilo. Ja, und das heißt, man muss das auch noch ziehen können und ziehen können und ziehen dürfen. Weißt du, die meisten dürfen ja alles, aber können das ja gar nicht, ja? Und der kann und darf. So, der kann und darf, ja. So, du hast zwei Sitzbänke. Kann drei Leute sitzen mit Gurten. Die hintere Sitzbank kann man rausbauen. Kannst wie besagt deine Sachen reintun. Ja, also, dann würde ich sagen, klasse, haben wir gesehen. Dann mache ich jetzt eine Probefahrt, wenn ich darf. Na klar. So, was haben wir denn hier alles? Wir haben gesagt Klimaanlage, oder? Klimaanlage hat er, die ist groß genug. Der hat keine elektrische Fensterheber. Das braucht kein Mensch. Das ist nur gerumpelt, was kaputt gehen kann. Ey, wir haben es mit einer Punk-Band zu tun, die sollen ein bisschen was arbeiten. Ja, nee, genau. Die machen aber sowieso mehr kaputt als alle anderen Bands. Und der hat auch noch Tempomat, ja? Wow. Ist aber auch eher so ein Tempomat, ist auch eher was für Womis, oder? Ja, ist total langweilig. Also, mir hat es sehr Spaß gemacht. Mich hat der Wagen überzeugt. Was du mir erzählt hast, hat mich auch überzeugt. Was ich gefühlt habe, hat mich auch überzeugt. Und ich glaube, das ist eine echte Option für unseren Holzi. Siehst du auch so? Ich denke, ich auch so. Aber wenn er so eine Punk-Band hat, die er betreut, dann hat er damit auf jeden Fall ein Auto, was ihm nichts zu übeln nimmt. Wunderbar. So, das heißt, ich mache ein Foto, schicke es Lina und dem Holzi. Und dann werde ich Ihnen das wärmstens ans Herz legen und hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Das Problem ist nur, dieser Wagen kostet knapp 8000 Euro. Okay, bis die Tage. Ja, tschau. Tschüss. Ich finde den klasse. Ich finde auch den Morg-Klasse. Und ich würde sagen, ich schicke dir das Foto trotzdem. Überlegst dir. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sammeln. Und jetzt spielen zwei Konzerte mehr als die Kohle auch in der Kasse. Ja. Bis zum nächsten Mal.